Ich kann nur dazu sagen, dass ich mich freue, dass jetzt wieder losgeht, dass wir zusammen wieder loslegen, dass wir unseren Fans eine Freude bereiten können mit unserer Musik, mit unseren Texten. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich mich darauf freue. Nur ich mache mir irgendwo Sorgen und ich habe keine Lust darauf, irgendwie Verantwortung oder irgendwelche Schuldzuweisungen noch mal zu übernehmen. Du brauchst auch gar keine Verantwortung für mich übernehmen, weil ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin Herr über mich selbst und ich kann das, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten dabei, um sich mit uns zu treffen und mit uns zu reden, nicht ich. Ihr könnt echt gut lügen, wirklich. Also nein, 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 ich werde mich nicht als Lügnerin von irgendjemandem beschufen. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das ist schlecht. Wenn es ihr nicht gut geht und Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen, Mädchen von 19 Jahren hat sie bei mir geschlafen und ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet. Was ist mit?